Es wird Zeit, endlich einen der größten Mythen wegzuräumen, den ihr euch wahrscheinlich schon alle durch den Kopf habt gehen lassen. Nämlich, trägt Tobi eigentlich eine Hose, während er diese Videos aufnimmt? Wie ist der Spinosaurus durch den Zaun gebrochen, hat es aber im Nachhinein nicht geschafft, in Jurassic Park 3 durch die Tür hindurchzubrechen, wo Dr. Alan Grant und die Kirbys und Billy Zuflucht suchen. Ich hab hier ne Antwort für euch und es ist gar nicht so schwer. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Um die erste Frage in diesem Video zu beantworten, nein. Für all die Jurassic-Enthusiasten unter euch, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, wovon ich eigentlich gerade rede. Es gibt in Jurassic Park 3 eine ominöse Szene, die irgendwie für viele, naja aber auch für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, so ein ungutes Gefühl hinterlassen hat. Wir sehen, wie Dr. Alan Grant und Eric Kirby es schaffen, vor dem Spinosaurus zu flüchten. Sie schaffen es gerade noch, sich durch so ein Loch in dem Gehege, in dem Zaun, unten durch zu quetschen. Und der Spinosaurus ist noch dahinter gefangen. Kurz danach atmen sie erstmal tief durch und denken sich, okay, die Gefahr ist gebannt. Auf einmal brecht der Spinosaurus durch diesen Zaun durch und du denkst dir, oh Gott, das war's. Unsere Helden rennen also auf einen Bunker zu, verschließen die Tür vor dem Spinosaurus und der kommt nicht durch. Und hier fängt das Problem an, das viele damit haben, wie gesagt, hatte ich auch eine lange Zeit. Wie ist es möglich, dass der Spinosaurus durch diesen Zaun durchbrechen konnte, aber nicht durch diese Tür? Es gibt hier keine offizielle Antwort, aber wir beschäftigen uns dennoch mal damit und überlegen einfach mal ganz realistisch, macht das denn Sinn? Ja, da muss man gar nicht allzu lange überleben, äh, überleben, lustig. Da muss man gar nicht allzu lange überlegen, das macht definitiv Sinn. Gehen wir erstmal davon aus, dass John Hammond, der ja keine Kosten gescheut hat, diese Zäune, durch die der Spinosaurus hindurch brechen könnte, normalerweise mit Strom, also mit sehr viel Strom versehen hat und das, wie wir aus den Jurassic Park Filmen wissen, für sehr sicher gehalten hat. Wir müssen überlegen, dass sogar der Tyrannosaurus Rex es geschafft hat, locker aus dem Gehege rauszulaufen und das Gehege auseinander zu beißen, als der Strom weg war. Hammond hat sich also offensichtlich auf diesen Stromschutzmechanismus verlassen. Dass er dann die gesamte Verantwortung für so ein System einem verschuldeten, unsympathischen IT-Geek in die Hand gegeben hat, ja, das lässt natürlich schon so ein bisschen, mh, da muss man schon mal das ein oder andere Auge zudrücken. Aber Hammond scheint sich wirklich auf diesen Stromzaun verlassen zu haben. Doch dazu muss man sagen, dass Isla Sorna ja schon sehr, sehr lange Zeit verwittert ist. Nach der Zerstörung des Hurricane Katrina gab es da ja auch keine Wartungsarbeiten mehr. Das heißt, der Zaun ist nicht nur stromlos, er hat diesen Stromschutz nicht länger, sondern inzwischen müsste er auch wirklich porös sein. Aus diesem Grund konnte der Spinosaurus locker hindurchlaufen. Nachdem ihm das dann also auch gelungen ist, prescht er quasi auf unsere Hellen zu und die verschanzen sich in einem Schutzbunker. Fließen die Tür und da haben viele von euch geschrieben, ja, eine Holztür, ähm, das ist keine Holztür, das ist eine Stahltür. Also eine Tür aus massiven Stahlen, auch die Riegel, die davor geschoben werden, sind nicht aus Holz, auch das sind massive Stahlriegel. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, ja, es macht Sinn, dass der Spinosaurus hier nicht durchkommen könnte. Lasst mich vorher noch ganz kurz anmerken, es macht keinen Sinn, dass die Helden, also unsere Helden noch genug Zeit hatten, die Riegel vorzuschieben, weil wir eben in diesem Clip sehen, wie der Spinosaurus schon direkt vor der Tür ist und dann machen sie die Tür erst zu. Eigentlich müsste er in dem Moment schon hindurchgebrochen sein, aber sie haben noch genug Zeit, um die Riegel vorzuschieben. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber es gibt Hochsicherheitstüren, die genau für sowas gemacht wurden. Nicht für Dinosaurier natürlich. Aber Hochsicherheitstüren, die wirklich dem Einschlag von Bomben oder Granaten standhalten müssen. Der Unterschied zu dem großen Gehege hierbei ist, dass hier die gesamte Kraft des Stahls auf einen sehr kleinen Punkt fixiert ist. Während das Gehege ja auch ziemlich viel Spielraum hat, also ziemlich viel Luft hat, weil es eben ein Gehege ist, man soll der Saurier auch sehen können. Auch wenn die da nur aufgezogen werden, sollten ja Mitarbeiter sehen, was da abgeht. Aus diesem Grund hast du eben keine feste Schicht, sondern du hast immer wieder kleine Luftlöcher, Hohlräume quasi in diesem Stahlwerk. Ihr könnt euch das Ganze vorstellen wie mit einem Blatt Papier. Wenn ihr das einfach nehmt und habt es in DIN A4 Format, könnt ihr da locker hindurchstechen. Je öfter ihr das Ganze aber knickt und überfaltet, umso schwieriger wird es. Und auch hier haben wir eben den Fall, dass diese Stahltür ja im Vergleich zu dem Gehege sehr klein ist und auch sehr massiv. Das heißt, wir haben hier wirklich die gesamte Kraft dieser Stahltür auf so einen Punkt gesetzt. In diesem Clip, der relativ zum Anfang des Films spielt, sehen wir sogar, wie der Spinosaurus wegen zwei Bäumen im Urwald nicht weiterkommt. Also diese beiden Bäume scheinen stark genug zu sein, um den Spinosaurus aufzuhalten. In diesem Sinne möchte ich diesen Mythos ganz kurz beantworten. Ja, es macht definitiv Sinn. Wie gesagt, dass der Spinosaurus eigentlich schon vor der Tür gewesen ist und die noch alles zumachen könnten, das sei mal dahingestellt. Aber eure Fragestellung ist gewesen, wie kann es sein, dass der Spinosaurus durch das Gehege durchkommt, aber eben nicht durch diese Stahltür? Ganz einfach, die Stahltür ist um einiges massiver als das Gehege. Zumal, weil eben die gesamte Kraft dieses Stahls auf einen kleineren Punkt fixiert ist. Und eben auch, weil John Hammond den Park mit dem Strom gesichert hat und wir auch in Jurassic Park 1 gesehen haben, wenn der Strom nicht mehr aktiv ist, ist es ein leichtes, aus dem Park auszubrechen. Der T-Rex hat es vorgemacht, der Spino eigentlich nur nachvoll. Von daher passt das alles auch irgendwie schon in das Konstrukt mit rein und ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen weitergeholfen und dieses Problem gelöst und da kommt der Hund. Du hast so gar keinen Bock, dich gerade auch nur ansatzweise zu bewegen, gell? So viel also zum Thema Spinosaurus und Stahltür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war aufschlussreich. Schreib mir auf jeden Fall deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Meinst du, das ergibt so Sinn, wie ich mir das vorstelle? Ich meine jetzt ja, vielleicht übersehe ich aber auch wieder irgendwas. Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.